29. Der sehr große Papst. Glockenschwall, Glockenschwall, Supra Orbem, über der ganzen Stadt in ihren von Klang überfüllten Lüften. Wer läutet die Glocken? 30. Niemand als der Geist der Erzählung, in dem er berichtet, dass sie drei Tage schon vor des erwähnten Einzuge sämtlich von selber zu läuten begannen und nicht aufhörten es zu tun, bis vor St. Peter seine Krönung vollzogen war. 30. Dies ist eine Tatsache der Geschichte, bei all ihrer Wunderschönheit nicht gerade von reiner Annehmlichkeit, für die Populatio Urbis. 31. Drei Tage und drei Nächte lang waren die Glocken Roms nicht zu halten, sie läuteten einhellig mit größter Gewalt an allen Punkten, und all die Zeit, dies ungeheurige Dröhne und Gebimmel in den Ohren zu haben, war keine geringe Zumutung für die Menschen. 32. Darüber ist der Geist der Erzählung sich klar. 33. Es war eine Art von heiliger Heimsuchung und Kalamität, um deren Abstellung aus schwächeren Seelen manches Gebet zum Himmel stieg. 34. Der aber war, wie ich wohl verstehe, zu feierlich gestimmt, als dass er so kleinem Flehen hätte Gehör schenken mögen. 35. Denn er führte das Schandkind, den Mann seiner Mutter, seines Großvaters Eidam, seines Vaters Schwer, seiner Kinder gräuliches Geschwister, auf petrisch tun und wahr, das begreife ich, von seiner Unbegreiflichkeit so bewegt, dass diese Bewegtheit sich umsetzte in das selbsttätig gewaltige Pendeln und Klöppeln aller Glocken der sieben Sprengel. 35. Der Heerenplage aber, die große Nachfrage nach Baumwolle und, wie es schon zugeht, preistreibende Zurückhaltung der Ware von Seiten der Händler zeitigte, mochte die Populatio entnehmen, dass ein Papst von außerordentlicher Heiligkeit im Anzuge sei. 36. Er zog durch die Christenheit auf weißem, mit purpurgedecktem Tiere, das Antlitz vom Barte geklärt in männlicher Schönheit und täglich Wuchsen, die ihn auf der Fahrt umgaben an Zahl. 37. Denn viele Kirchenhäupter, Grafen und einfach solche, die von Pilgerlust ergriffen, der Krönung und Huldigung beiwohnen wollten, schlossen sich unterwegs seinem Zuge an. 38. Der Ruhm eines großen Büßers, der siebzehn Jahre auf einem Steine verbracht und nun von Gott auf den Thron der Throne erhöht werde, eilte ihm voraus, und überall auf den Straßen lagen die Kranken und Bresthaften in Menge, von seiner Berührung oder nur von seinem Wort oder Blick Genesung erhoffend. 39. Die Geschichte weiß, dass viele so von ihren Leiden erlöst wurden, manche mag sein, durch einen seligen Tod, wenn sie nämlich bei allzu fortgeschrittener Bresthaftigkeit sich von ihren Betten geschleppt und auf die Straßen gelegt hatten, 40. Andere aber, die an seinen Saum gestreift hatten oder, wenn auch nur von fern, seines Segensgrußes teilhaftig geworden waren, warfen Krücken und Binden weg und verkündeten lobpreisend, sie hätten sich nie frischer gefühlt. 41. Das berühmte Rom empfing ihn mit Jauchzen, teilweise auch, weil es menschlich ist, weil nun, da er angelangt war, voraussichtlich die unbändigen Glocken bald zum Stillstande kommen würden. 42. Er näherte sich, so bin ich unterwiesen, mit seinem Anhange auf der Numentarischen Straße, an deren 14. Meilenstein der Ort Numentum gelegen ist, ein Bischofssitz. 43. Bis dorthin schon hatte man ihm die Kreuze und Fahnen, der Basiliken Roms entgegengetragen, und alle Ränge des Volkes, den Klerus, den Adel, die Zünfte des Bürgerstandes, mit ihren Bannern, die Scharen der Miliz, die Schulen der Kinder, Palmen und Ölzweige in den Händen, fand er zu seiner Bewillkommnung aufgereiht. 44. Mit ihren Laudes mischte sich das ferne Erzgetön, in welches die Ortsglocke von Numentum ohne menschliches Zutun einstimmte. Man tat ihm Meldung von dem Wunder, und er freute sich herzlich der Ehrung. 44. Da es schon dunkelte, verbrachte er die Nacht in des Bischofshause, und erst am Morgen hielt er in langhinwallender und liederreicher Prozession seinen Einzug in die Stadt. 45. Nicht durch das Numentanische Tor, so liest man, zog er ein, sondern längst den Mauern hin und dann über die Milvische Brücke, um so zum Aposteldom zu gelangen. 46. Himmelauf schwangen sich da aus vieltausend weit klaffenden Mündern der Lobgesang. 47. Ihr Völker jubelt allzumal, Judäa, Rom und Gräkia, Ägypter, Thraker, Perser, Skyten, ein König herrscht ob allen. 48. Das war es des Abtes Fundkind, der Säugling des Steines, der über all diese bunte Notdurft der Erde als König gesetzt war, und dem, während er die gestreckten Marmorstufen zum Atrium der Grabeskirche emporstieg, 48. Wobei eine unzählbare Menschenmenge den Brunnenplatz vor dem Heiligtum bedeckte, der Gesang der Priester entgegenschwoll. 49. Benediktus Quivenit in Nomine Domini 50. Vor allem Volk auf der Plattform vor dem Eingang zum Säulenumstandenen Paradisus 50. Empfing er aus den Händen des Archidiakonos auf sein Haupt die dreifache Krone der Tiara, das Spallium um seine Schultern, den Hirtenstab in seiner Hand und den Fischerring an seinen Finger. 50. Es heißt, dass währenddem oder schon während seines Einzuges in die Stadt die ärzenen Statuen der Apostel Petrus und Paulus auf ihren Säulen ein jeder sein Insignier, der eine das Schwert der Erde, der andere die Schlüssel des Himmels, freudig erhoben hätten, hoch empor. Das stehe dahin, ich leugne es weder, noch mache ich den Glauben daran zur Pflicht. 50. Gregorius aber wurde in viele Gewänder gekleidet, die Falder aus weißer Seide, die Albe von Leinen und Spitzen mit goldener Hüftschnur, in Schultertücher golden und rot durchwirkt, dazu in drei Messgewänder, eins über dem anderen, nicht eingerechnet Stohler, Manippel und Gürteltuch, weiß seiden alles und goldgestickt. 50. Die päpstlichen Strümpfe tat man ihm an sehr dick von Stoff und starrend von Goldstickerei, dass sie so schwer wie Stiefel sind, hing ihm das funkelnde Pontifikalkreuz um den Hals an goldener Schnur, steckte den Ring des Fischers ihm über den Seitenhandschuh und spreitete über all seine neuen Trachten zum Schluss noch die Wuchtendste, den Schleppmantel, zu sehen wie Morgenrot und Abendgold, der vor kostbarem Stickwerk nicht wallen konnte. So setzte man ihn auf den goldenen Stangenstuhl, und Jünglinge in Scharlachseide trugen ihn durch die Basilika ganz umher, mit Frommen angefüllt, wie sie war, bis zum letzten heidnischen Marmorstück ihres Fußbodens, sei es dort, wo sie sich unter der hohen Decke des Mittelschiffes weit und lang ausgedehnt und aus der Ferne der Absis her die Augen mit musivischem Glanze blendet, oder dort, wo sie unter derselben Last der Dächer nach beiden Seiten in doppelten Säulenhallen die Arme breitet. Zum Hauptaltar über dem Grabe trugen sie ihn, da feierte er seine Krönungsmesse, wie er es sehr wohl vermochte, da er alle Hantierungen schon früh seinem Fundvater abgesehen im Kloster Not Gottes. Viele Bischöfe und Erzbischöfe saßen da um ihn und glänzten wie Sterne, auch genug andere Herren, Äbte und Judizes. Sang und Wonne waren da groß und mannigfaltig. Danach wurde er, während der Glockenschwall noch andauerte, rund um den Platz St. Peter getragen, dann aber führten sie ihn auf überliefertem Wege, Hügel auf und ab durch die Triumphbögen der Kaiser Theodosius, Valentinian, Grazian, Titus und Vespasian und durch die Region Parione, wo am Palast des Präfekten Chromatius die Juden sich aufgestellt hatten und ihn mit wiegenden Köpfen priesen, die Sankt Avia neben dem Kolosseum dahin zu seinem Hause, dem Lateran. Nun sage ich euch, wie es war. Kaum hatte er dort, in der wohltuenden Stille, die dem Endlichen sich zur Ruhe begeben der Glocken folgte, die Überzahl seiner Festkleider abgelegt, als er auch schon die Christenheit zu regieren, die Herde der Völker zu weiden und Segen hinzuspenden begann über die bunte Notdurft der Erde. Gregorius vom Steine erwies sich binnen Kurzem als ein sehr großer Papst, der Taten vollbrachte, wie die Schildereien an den Basen gewisser, woanders hergenommener Säulen römischer Kirchen sie dem Halbgotte Herkules zuschreiben. Ich weiß nicht, was ich zuerst ihm nachrühmen soll, dass er für die so notwendige Verstärkung der aurelianischen Mauern sorgte, auch Städte wie Radikofani und die Namensorte neu befestigte, Kirchen, Brückenplätze, Klöster, Hospitäler, ein Findlingshaus erbaute, das Atrium von St. Peter mit Marmorplatten pflasterte und den Brunnen da selbst mit einer Edicula von Porphyrsäulen schmückte. Es war dies das Wenigste. Denn nicht nur wusste er mit festhaltender Hand, dem heiligen Stuhle Patrimonien zu bewahren oder zu stiften, sogar in Sardinien, den kotischen Alpen, Kalabrien und Sizilien, sondern er machte ihm auch die Dynasten und trutzigen Barone des flachen Landes gefügig, indem er sie, entweder durch gutes Zureden oder durch stärkere Mittel bestimmte, ihre Kastelle zu übergeben, um sie so dann als Lehen der Kirche zurückzuerhalten, sodass sie aus Edelfreien zu Leuten und Hominis Petri wurden. Ist das auch nur annähernd alles? Bei weitem nicht. So fest war sein Sinn, dass er mit schonungsloser Strenge die Mannichäer, die Priszilianer und Pelagianer, dazu die monophysitische Ketzerei überwand, die halsstärrigen Bischöfe Illyriens und Galliens, dem Primat St. Peters unterwarf und gegen solche, die sich für die Spendung der Priesterweihe bezahlen ließen, dermaßen vorging, dass dieses Laster für einige Zeit fast spurlos von der Erde verschwand. Da künde ich von seiner Stärke, und doch war nicht sie es, aus der vor allem sein Ruhm erblühte, sondern seine Milde und Demut. Er zuerst schied Ehre und Weihe des geistlichen Amtes von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit seines Verwalters und verdammte Ex-Cathedra die Überstränge der afrikanischen Donatisten, die, wie schon der grimme Tertullian, das priesterliche Amt nur in Händen von unbefleckter Reinert für wirksam erachten wollten. Denn, er sagte, würdig sei keiner, und er selbst sei von Fleisches wegen seiner Würde am allerunwürdigsten und nur durch seine Erwählung, die an Willkürgrenze, zu ihr erhoben worden. Das kam wohl manchem Schelmen und Bock in Gottes Garten zu Pass. Er wies sich jedoch als höchst kirchenklug, da es im Voraus das Amt vor aller Verachtung schützte, die menschliche Gebrechlichkeit ihm je und je zuziehen mochte. Seine Duldsamkeit und Erbarmen kamen der Unerschütterlichkeit gleich, die er, wo sie Not tat, bewährte. Ja, seine verwegene Art, die Gottheit zur Gnade anzuhalten, in Fällen, wo sie schwerlich von sich aus darauf verfallen wäre, erregte Aufsehen in aller Christenheit. Er nämlich war es und kein anderer, der den Kaiser Trajan, weil er einmal einer flehenden Witwe, der man den einzigen Sohn gemordet stehenden Fußes, hatte Gerechtigkeit widerfahren lassen, aus der Hölle losbietete. Dies schuf zum Teil sogar Ärgernis, und Pharma wollte wahrhaben, Gott habe ihn wissen lassen, nun sei es einmal geschehen und der Heide unter die Seligen versetzt, er möge sich aber nicht beikommen lassen, dergleichen ein zweites Mal zu erbitten. Sei dem, wie ihm sei. Die Neigung Gregors zu lösen, war Zeit seines Lebens größer als die zu binden, und aus dieser Disposition erflossen die anfänglich oft in der Kirche selbst, wie auch im Volke staunenden Bedenken erregenden, zum Schluss aber stets zur Bewunderung anhaltenden Entscheidungen und Urteile, die ausgingen von seinem Richterstuhl. So verfügte er große Freiheiten der Aufklärungsmethoden in fernen und einfältigen Ländern. Wo noch heidnische Tempel standen, da sollten sie nicht zerstört, sondern nur die Götzenbilder entfernt und die Mauern mit Weihwasser besprengt werden, damit die Einfältigen anbeten könnten, wo sie bisher angebetet, nur jetzt, im Geiste der Aufklärung. Sankt Peter, erläuterte er, sei, wie man wohl wisse, von oben bis unten aus dem Material des Zirkus, des gräulichen Kaisers Caligula erbaut worden und bestehe also sozusagen ganz und gar aus Schmach und Schande, geheiligt nur durch das Grab und durch den Geist, indem man dort anbete. Auf den Geist komme es an. Hätten die Einfältigen früher den Dämonen Stiere geschlachtet, so solle man sie weiter schlachten und essen lassen, nur jetzt zur Ehre des alleinigen Gottes. Was kamen nicht alles für Fragen vor ihn? Und alle beantwortete er auf denkwürdige Weise. Sie fragten ihn, ob Kranke, ohne Almosen zu bezahlen, in den Fasten Fleisch essen dürften. Sie dürften es, gab er Auskunft, zuweilen gehe die Notwendigkeit vor dem Gesetz. Sie fragten ihn, ob ein Bastard Bischof werden könne. Er könne es, Ja, erwiderte er, das hergebrachte Recht verbiete es zwar, das sei billig zu wissen, wenn man Legem studiert habe. Wenn aber der Unechte ein rechter Mann sei, fromm und von festhaltender Hand, wenn die Umstände zwingend und die Wähler einig seien, so tue es dem Rechte nur wohl, wenn es eine Ausnahme erleide. Ein Mönch zu Genf hatte es mit der Chirurgie und schnitt, wo er konnte. Einer Bäuerin schnitt er den Kropf heraus und legte ihr Bettruhe auf. Stattdessen arbeitete sie und starb. Dürfte der noch seine priesterliche Funktion versehen? Ja, sprach Gregor, zwar sei es nicht ganz zu billigen, dass ein geistlicher Mann, der Lehandwerk treibe, doch nicht aus Geldgier, sondern aus Menschlichkeit, Liebe zur Kunst und Verabscheuung des Kropfes habe er gehandelt, außerdem Vorschriften von ärztlicher Umsicht gegeben, für deren Verabsäumung er nichts könne. Darum solle er, wenn er sich nur einer leichten Buße entledigt, wieder Messe lesen. Höchst aufregend war die Sache der muslimitischen Bekehrten im Lande Kahne an, die in aller Treuherzigkeit mit ihren vier Frauen, ein jeder mit vieren, nebst deren Kindervolk, zum Taufstein gekommen waren. Konnten die, um Gottes Willen, den Christen werden? Dies bereitete, so sagte sein Kämmerling, dem Papst eine schlaflose Nacht. Dann aber besann er sich auf Abraham und die anderen Väter, die unter Jahwes Auge nicht anders, als die Türken gelebt hatten. Er stand auf und diktierte dem Schreiber die Antwort. Im Evangelium selbst, geschweige denn in den Büchern des alten Bundes, lasse kein Wort sich finden, dass die Vielweiberei ausdrücklich verböte. Da offenbar den Heiden nach ihren Kultgesetzen eine Mehrzahl von Frauen rechtmäßig zustände, so sollten sie sie auch als Christen nach dem Vorbild der Patriarchen behalten dürfen. Unweise werde es sein, ihnen die Konversion ohne Not zu erschweren. Und menschliche Konflikte wären unvermeidlich, wenn man ihnen auferlege, je einen nur ihrer Frauen ins neue Leben mitzunehmen, die anderen aber und ihre unschuldigen Kinder in die Finsternis zurückzustoßen, wodurch die Kirche vieler Seelen verlustig gehen würde. Unter diesem Gesichtspunkt sei die Mission zu handeln angewiesen. Gegeben zu Rom frühmorgens im Lateran Gregorius P.M.MP Welches Aufsehen schuf das? Es reichte bis zu den Trakern und Sküten. Wäre nicht seine Strenge gegen Simunisten, Heretiker und halsstarrige Leugner des Primats gewesen, so hätte man ihn der Lässlichkeit beschuldigt. Und wiederum aber leistete er dieser Beschuldigung Vorschub, indem er, ein für allemal, die Taufe eines aus der Heresie zur Kirche übertretenden, weil sie doch im Namen Christi gespendet sei, für gültig erklärte und die Wiedertaufe verwarf, worüber mehrere Bischöfe Afrikas und Asiens sich heftig erbitteten. Eine Gesandtschaft aus Carthago, die wegen irrigen Gebrauchs seiner Machtvollkommenheit bei ihm vorstellig wurde, wies er zurück. Er lockerte schon den Bannstrahl gegen den in dieser Sache ganz ungebärdigen Primas von Afrika. Fast wäre es deswegen zum Schisma gekommen, wenn Gregor nicht gerade damals durch ein sehr heiliges Wunderkunststück, wie Mose solche vor Pharao vollführte, bewiesen hätte, dass Gott auf seiner Seite sei. Durch bloße Berührung nämlich fügte er die von Petrus getragenen Ketten den jerusalemischen und den römischen Teil zum Ganzen zusammen, so dass sie nun eine einzige Kette von 38 Ringen bildeten. Daher stammt das Fest Petri Kettenfeier, das ja nicht ohne Wurzel und Ursprung sein kann und also das Protokoll jener Tat beglaubigt. Damit schlug er manches Murren über Lässlichkeit nieder oder kam ihm zuvor. Und doch gab es solche, die behaupteten, er wolle unvergebbare Sünden vergeben wie Ehebruch und Hurerei. Das traf nicht zu. Er verordnete der gleichen Schwächern schon recht schwere Bußen, nur keine allzu schweren, die liebte er nicht und war dagegen. Er selbst war durch die äußerste Buße gegangen und von Gott zum hornigen, filzigen, kleinen Geschöpf und Erdsäugling herabgesetzt worden. Aber er war der Meinung und wies alle beichtiger und geistlichen Richter an, sie zu teilen, dass man dem Sünder mit sanfter Buße seine Beschwernis verringern solle, sodass ihm die Reue süß sei. Das Recht ist von schwieliger harte Hand, die Fleischeswelt aber bedarf einer zwar festen, doch weichen. Will einer den Sünder zu eifrig verfolgen, so stiftete er leicht mehr Schaden als Heil. Den legt man dem Gnadesucher zu jähe Buße auf, so mag er davor verzagen, es nicht ertragen und Gott wieder entsagen, verwöhnt, wie er ist, durch den Teufel, dessen Dienst er dann wohl in umgekehrter Reue wieder aufnimmt. Darum ist große Politik, dass Gnade vor Recht ergehe, denn sie schafft im geistlichen Leben das rechte Maß, durch welches der Sünder gerettet und der Gute beständig erhalten wird, damit die Ehre Gottes mächtig emporwachse im römischen Reich. Wen hätten solche Lehren wohl nicht erfreuen sollen? Sie erfreuten alle, nur ausgenommen einige Rigoristen, die aber eine ihm eigentümliche Autorität in Schach hielt. Er war auch sehr schön zu sehen, wie Kinder der Sünde, aus welchem Grunde immer es öfter sind, ein herrlicher Mann, der sagt das Sprichwort wird gern gehört, den man liebt. Und er wurde geliebt bis nach Perser und Trakerland, weil man ihn gerne hörte. Seiner erstaunlichen Auskünfte wegen hieß er das Apostolische Orakel, aber um seiner Lindigkeit willen wurde er Dr. Melifluus genannt, das ist der Lehrer, welcher von Honig fließt. Auskünfte